Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immerhin meine beste Freundin und ich hab dir... Ja, den Verlobten ausgespannt, den du in vier Stunden heiratest. Dreieinhalb. Ich weiß, ich bin ein Schwein. Kannst du mir irgendwann wirklich verzeihen? Sie kommen und gehen. Aber den Apfelkuchen werden wir alleine essen. Hallo. Das ist schon mega. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Bis zum nächsten Mal.